Du schaffst es eh nicht. Ha! Siehst du? Ups. Puh. Ja, natürlich. Komm, es kann weitergehen. Durchs Captain House. Oh. Hä? Sie sollen nach oben? Ähm, ja. Ähm, ja. Hallo? Nein. Ich möchte nach da. Ähm, ja. Erstmal. Wieso musst du denn noch leben? Na, komm schon her. So, diesmal fällst du aber daneben. Super. Oh. Ha. Wow. Hallo? Bist auch weg. Super. Schweineschnauze. Bist nicht hier. Nein. Boah. Das war vielleicht knapp. Boah. Das war vielleicht knapp. Lecker Kuchen. Lecker Kuchen. Wow. Wow. Okay. Sie ist runtergefallen. Das ist schon mal schön. So. Hallo. Bin ich gerade? Ah. Ich glaube, die müssten unten im Haus sein. Come here. No. Hallo. Oh, ich hab die falsche Taste gedruckt, natürlich. Aua. Aua, Aua, Aua. Hallo. Pass bloß auf, wo du hin. Wow. Verdammt nochmal. Endlich. So. Ersten eingesammelt. Dafür brauch ich noch, ich weiß es nicht. Oh, guck mal. Nein. Na. Ist weiter eingesammelt. Komm. Lass mich durch die Röhre gehen. So. Das haben wir hier oben. Warte mal, waren wir hier oben schon? Scheinbar noch. Nicht. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komm. Ich war doch schon in der Tür drin. Was machst du mit mir? Darf ich etwa nicht in deine Tür rein? Ich würde sagen, wir haben alles. Und, ähm, ich mach mal kurz Pause. Bis gleich. Tschüss. Da sind wir wieder. Und wir. Das muss auf jeden Fall nach unten. Das ist schon mal klar. So. Verdammt. Das Auge muss auf jeden Fall. So. Das. War, ich glaube, ein Fehler. Ja. Hier ist jetzt das Auge. Das war falsch. Schade. Okay. Die Wange ist falsch. Gut zurücksetzen. Ich versuch's nochmal von vorne. Ja. Gib mir bitte ein neues Beet. So. Dann versuch ich's mal mit der Nase zuerst. Das Auge. Die Haare. Das ist auch schon. Fehlerhaft. Denn. Jetzt muss der bleiben. Der Mund kommt nach unten. Ne. Schade. Das ist auch schon wieder falsch. Zurücksetzen. Ja. So. Der kommt nach da. Der kommt nach da. Der kommt nach da. Das kommt nach oben. Das kommt zur Seite. Das kommt nach da. Zu der Mitte. Das kommt nach da. Das kommt nach da. Da. So. Jetzt haben wir nun den Fehler. Das wir die Augen auf der falschen Seite haben. Und. Wir müssen das auf der falschen Seite haben. Schade. Also. Achso. Das da oben ist schon mal richtig. Gut. Zu wissen. Na ja. Versuchen wir es trotzdem mal. So. So. Scheiße. Scheiße. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Nach da. Scheiße. Auch nicht geklappt. Nochmal. So. Das kommt nach da. Die Stürme bleibt da oben. Das Auge ist auf jeden Fall auf der falschen Seite. Ja. Ja. Das passt jetzt auf jeden Fall gar. Nein. Falsch. Scheiße. Oder? Ne. Jetzt habe ich ja. Das Auge. Super. Ist auch schon wieder falsch. So. Nase. Auge. Das Auge. Das Ding. Das Ding. Oben haben wir schon mal alles richtig so. Mund. Nase. Auge. Der Mund kommt da hin. Das Auge kommt da hin. Die Nase kommt da hin. Das kommt da hin. Dahin. Die Nase kommt da hin. Oh. Nein. Nein. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn das anders machen? Hm. Schade. Also. Das da hin. Das da hin. Nein. Wie habe ich das gerade gemacht? Das war schon mal falsch. So. Nochmal. Das da hin. Das Auge kommt da hin. Die Nase kommt auf jeden Fall hoch. Oh. So. Da. Zack. Aha. Die Augen gehen nach außen. Hm. Oh. Aua. Aua. Okay. Aber hier würde ich erstmal sagen, ich mache eine kleine Pause. Und spiele beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt, Alice's Madness Returns. Ich glaube, wir haben nur noch dieses Kapitel und ein weiteres Kapitel vor uns. Und dann ist das Spiel schon wieder zu Ende. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber... Oh, guck mal, den schönen Grafik fällt er da an. Egal. Schalt wieder ein beim nächsten Mal. Haut rein.